Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscherla und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs und sollte euch heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Achievement auf Mechagon und zwar schimpft sich dieses Schrottplatz-Musikliebhaber und für dieses müssen wir insgesamt sechs Musikstücke besorgen und vorher noch das Rostbolzen-Grammophon und wenn wir das bekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes beginnt es damit, dieses besagte Rostbolzen-Grammophon zu bekommen und das ist ein Plan, den ihr quasi von einem Rare Mob bekommen könnt. Und zwar befindet sich dieser Rare Mob hier unten auf den Koordinaten 26, 77 und der Rare Mob heißt die Stahlsängerin Fräser und diese hat etwa eine Spawnzeit zwischen einer halben Stunde bzw. dementsprechend einer Stunde, also so im Schnitt ja 45 Minuten, dass sie auftaucht. Jetzt können wir uns auch mal die Drop-Chance angucken und zwar sehen wir hier ist das Rostbolzen-Grammophon. Es hat etwa eine Drop-Chance von 23% im Schnitt. Jetzt haben wir hier versehentlich reingeklickt. Also etwa 23% und ihr seht auch schon hier droppen einige der Musikstücke. Ich habe mir sagen lassen, alle Musikstücke können auch bei ihr droppen, nicht nur bei ihr, auch bei anderen Mobs, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, aber zu einer sehr geringen Chance. Ihr seht hier 0,5, 0,2, 0,19, 0,04. Also das geht dann schon sehr, sehr ins Geringe und dementsprechend müssen wir uns da jetzt mal noch andere Wege suchen, diese Musikstücke zu bekommen. Was macht ihr jetzt als erstes? Ihr haut jetzt diese Stahlsängerin so lang um, bis ihr dementsprechend den Bauplan kriegt. Bevor ihr den Bauplan nicht habt, kriegt ihr auch kein einziges von diesen Musikstücken und dementsprechend könnt ihr die auch nicht sammeln. Sobald ihr den Bauplan gedroppt bekommen habt, könnt ihr den hier einmal im Rostbolzen abgeben und dann könnt ihr dieses Granophon einmal bauen. Sobald ihr das gebaut habt, ist es so, dass ihr es aufstellen könnt, quasi im Rostbolzen und dann könnt ihr verschiedene Musikstücke dort abspielen. Das erste Musikstück habt ihr dann gleich schon am Anfang und zwar Ode an Tüfterstadt, das bekommt ihr automatisch, sobald ihr dieses Granophon einmal aufgestellt habt und die anderen fünf müsst ihr euch quasi dann besorgen. Und ihr seht schon, hier habe ich dieses Granophon und da könnt ihr dann auch immer diese Musikstücke abgeben, wenn ihr sie einmal bekommen habt und hier könnt ihr dann dementsprechend auch die Musikstücke quasi einmal abspielen. Wo bekommen wir jetzt die anderen her? Und zwar haben wir dann Mimiron's Gedankenblitz. Das ist das erste, wo wir darauf eingehen wollen und zwar bekommen wir das aus einer Recyclingkiste her und diese Recyclingkiste kriegt ihr durch zwei Wege und zwar einmal, indem ihr quasi die Teile aus Mechagon an sich recycelt und das könnt ihr machen, indem ihr die Roboter hier oben umhaut und dann dementsprechend die Teile zusammenbaut. Da gibt es auch eine schöne Daily dafür. Also hier die Herstellungskiste quasi, aus der könnt ihr es rausbekommen. Ist jetzt nicht eine krass hohe Chance, da das rauszubekommen, aber auf jeden Fall eine höhere Chance als jetzt von der Stahlsingerin, weil da habt ihr glaube ich nur 0,2% und da ist sie dementsprechend ein gutes Stück höher. Da habe ich es auch persönlich rausbekommen. Genau, da haben wir das zweite. Dann Tiefen von Ulduar ist das nächste, was wir angucken wollen und das bekommen wir von verschiedenen Rearmobs und zwar sind es insgesamt fünf an der Zahl. Hier fünf waren es glaube ich genau und das sind die fünf Rearmobs, wo wir quasi diese Bohrer brauchen und dann gibt es ja verschiedene Eingänge, wo wir zum Beispiel hier aufbohren können. Hier ist zum Beispiel ein Eingang bzw. hier an der Seite haben wir noch einen Eingang, wo wir bohren können und ja, da sieht man auch gerade schon auf der Map hat man diesen Eingang gesehen und dann gibt es quasi hier noch einen Eingang, wo man bohren kann, hier einen Eingang, wo man bohren kann. Also das sind ein paar Stationen und bei diesen Rearmobs kann dementsprechend dann ja, dieser dritte Plan droppen, Tiefen von Ulduar. Ihr könnt diese Rearmobs immer nur dann umhauen, wenn auch die Bohrer da sind, dann müsst ihr quasi ein paar Ressourcen zahlen oder irgendein Spieler, der hier halt ist, also wenn ihr keine Ressourcen habt, könnt ihr auch warten, dass das jemand anderer aufbohrt. Dann muss man eine kleine Trash-Welle spielen und nach einer Weile kommt man rein, kann die Rearmobs unboxen und ja, es sind halt, wie gesagt, fünf Stück, quasi hier drei Stück drin, also eins, zwei, drei und dann noch hier einer und hier einer und damit insgesamt fünf Bohrermobs und die können alle diesen Plan quasi droppen. Und ja, dann schauen wir uns mal das nächste noch an und zwar Gnome Regan für immer und das droppt bei zwei Rearmobs und zwar kriegen wir das einmal von Bogak, das ist der erste und der zweite ist mechanischer Nullifizierer und diese beiden, ja, finden wir wo? Einmal hier mechanischer Nullifizierer, der ist hier oben und der Bogak, der ist hier unten, also das ist dieser hier, der und der kroppen ist quasi diese beiden Rearmobs. Die sind, soweit ich weiß, immer da und müsst ihr halt einfach nur ein bisschen warten, bis sie respawnen. Mehr ist das nicht, also das sind eigentlich so die Pläne, die man relativ leicht bekommt. Jetzt wird es dann schon ein wenig komplizierter und zwar das nächste, Schlacht von Gnome Regan, das bekommt ihr von der Datenanomalie, ich habe es relativ schnell gedroppt bekommen und zwar ist es die Quest hier um diesen Mechagnom, die könnt ihr einmal im Lager annehmen, dann steht dieser Mechagnom auch rum, müsst ihr erst so eine Datenscheibe hier besorgen und wenn ihr das besorgt habt, könnt ihr quasi hergehen, die bei ihm abgeben und ihr könnt dann hier einen Mob beschwören, das können auch alle anderen Spieler machen und ihr haut dann einfach so lange diese Datenanomalie um, bis quasi dann, ja, euch hier die, ja, dieses Musikstipp droppt, also die Schlacht um Gnome Regan. Das waren jetzt die fünf, die so ein bisschen leichter zu holen sind. Das letzte ist Triumph von Gnome Regan und da wird es jetzt ziemlich ätzend. Und zwar, wo bekommen wir Trumpf von Gnome Regan her? Wie alle anderen kann die auch bei der Stahlsängerin droppen zu 0, irgendwas Prozent Chance, eigentlich so ziemlich beschissen und aber auch beim Rückgewinnungsturm und zwar diesem schicken Ding hier. Alle paar Stunden kann man das nämlich aufbauen, quasi Ressourcen reinstecken und dann kommen verschiedene Mobwellen angedackelt und diese Mobwellen könnt ihr unboxen und wenn ihr das tut, dann könnt ihr am Ende eine Kiste bekommen und diese Kiste kann dann auch, ähm, ja, diese, äh, dieses Musikstück drin sein. Jetzt fliegen wir hier bloß am Boden und zwar hier rum von Gnome Regan und da will ich euch mal die Dropchancen zeigen, weil das ziemlich gering ist. Wenn wir jetzt hier mal draufgehen, Trumpf von Gnome Regan, ist bei der Stahlsängerin, ähm, bei 0,5 Prozent, was sehr, sehr gering ist, ist es aber auch in beiden Boxen hier drin. Und ihr seht, wir haben hier zwei verschiedene Boxen und diese beiden Boxen kriegen wir beide theoretisch durch diesen Rückgewinnungsturm und zwar könnt ihr den Rückgewinnungsturm einmal im Normal-Mode spielen und einmal im Hard-Mode. Ähm, und das könnt ihr auch theoretisch an einem Tag gleichzeitig machen. Im Normal-Mode spielt ihr einfach ganz normal die Mobwellen runter, haut am Ende die vier grünen Elementare um und gut ist es. Im Hard-Mode ist es so, dass ihr euch so eine bestimmte Waffe besorgen müsst und zwar von diesen Waffenplattformen, die hier rumstehen als Event. Das ändert ja alle paar Tage, was man aufbauen kann und wenn man diese Waffenplattformen hat, ist es quasi so, dass man sich so eine Kanone besorgen muss und mit diesen Kanonen muss man auf jeden von den Mobs draufschießen, dann werden die auch so ein bisschen rötlich und wenn man fast alle Mobs hier mit den Kanonen beschossen hat, spawnen am Ende nicht drei grüne Elementare, sondern drei so Feuerelementare oder so rötliche Elementare besser gesagt und wenn man die umboxt, bekommt man quasi den Hard-Mode Loot. Und man kann theoretisch an einem Tag sowohl den Normal-Mode einmal machen, als auch den Hard-Mode einmal machen. Wie gesagt, der Hard-Mode geht aber leider immer nur dann, wenn diese Plattformen aktiv sind und man die Mobs quasi auch, äh, ja, zum Hard-Mode triggern kann. Und da habe ich dann auch, äh, dementsprechend mein Trümpf von Gnummerigan, ähm, ja, Musikstück bekommen und dementsprechend habe ich das Achieve dann noch einheimsen können. Hat mich aber etliche Wochen gedauert und das ist, wie gesagt, mit Abstand das Schwierigste. Deswegen erkläre ich das jetzt ein bisschen genauer. Die anderen bekommt ihr in der Zeit, während ihr das farmt, äh, locker rein und dementsprechend sollte das kein Problem sein. Das hier, äh, das Letzte ist wirklich das Schwierigste. Was ich euch empfehlen kann, die Stahlsängerin am besten jeden Tag einmal umzuboxen und dann die anderen Rares soweit abzuarbeiten, beziehungsweise halt, äh, den Wiederherstellungsturm einmal am Tag zu machen. Und wenn es möglich ist, also wenn die Plattformen da sind, den im Hard-Mode, äh, zusätzlich noch anzugehen. Ein kleiner Tipp, äh, ihr solltet vielleicht nicht hier unbedingt ewig rumstellen, bis der Rückgewinnungsturm aktiv ist, sondern ihr geht einfach hier bei Benutzerdefiniert rein und sucht hier einfach mal nach, ähm, also ihr könnt den Rückgewinnungsturm einmal suchen oder ihr gebt, ähm, Rick ein für diesen, ja, für diese, quasi für den englischen Suchbegriff. Und da findet man meistens dann auch, äh, dementsprechend Gruppen, die hier diesen Rückgewinnungsturm am Spielen sind. Und ja, so habe ich mir die meisten Gruppen einmal gesucht und konnte dann einen oder anderen Kill hier mehr einheimsen, ohne hier Stunden warten zu können. Man vermutet nämlich, dass dieser Rückgewinnungsturm, ähm, ja, zwischen zwei und fünf Stunden Respawnzeit hat. Also sprich, ist man dann doch schon eine Weile beschäftigt. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.